Also viel anders sitze ich nicht, außer dass ich jetzt... Du hast doch keine Hacken zu Hause auf der Cowl. Also optisch, von den Klamotten. Das geht erst nach 22 Uhr. Ist das so, ja? Ja. Ach, du guckst ja immer an nackig zu Hause. Lukas Hauner-Lanz leben. Ich möchte das als Reality-TV-Doku-Show. Being Lukas heißt das dann. Ich mache nicht mal eine Story bei mir zu Hause. Das finde ich wirklich privat ist privat. Ich finde das total geil. Also ich ziehe mich hier gerne für euch so an, wie ihr wollt. Aber ich werde mich hier nicht nackt machen. Ich habe dich gefragt, Marlene, ich hätte es nicht gezeigt, wenn du gesagt hast... Aber ich hätte es nicht gezeigt, nur mit deinem Einfall, wirklich. Ich habe was gut, Lukas, ich habe was gut bei dir.